Warum macht der Mensch ungesunde Dinge? Weil sie ihn sofort belohnen. Also Alkohol, Zucker, Geld ausgeben. All diese Dinge, die ungesund sind, machen zunächst Freude, belohnen mich und deswegen mache ich sie. Dinge, die erst später belohnend sind, wie zum Beispiel Darmkrebsvorsorge, schiebe ich auf die lange Bank. Belohnung später mache ich auch später. Ist natürlich Unsinn, aber so sind wir.